Racko gegen Gia! Mach mal bisschen läppes, ihr Halbfinale! Halbfinale! Und die Satze endet ihn, krasses Fiasko! Ich hole ihn runter in deine Augen, Tabasco! Racko Quadrato, was denkst du, wer bist du? Ich meine, du bist einfach irgendwo und nur eine Bitch, yo! Oh mein Gott, der sieht aus, wie wie große Luftlose! Mit ner Trompose, was hast du in der Hose? Das ist doch jede Schose! Oh mein Gott, die Wetter, die hier kommen, ich meine Klose! Einfach grunde Boden, dein Mund und mein Hoden, sind ne gute Kombination, du unten und ich unten auf dem Trost! Du bist dein Klon, ein Klon von dir selbst! Hundert Euro Pizzi in meine Scheiße auf das Geld! Ich meine, du bist cool, okay? Seine Bass-Rap-Sign, ich schwul dich! Ich bin der Beste, was willst du tun? Halt die Fresse, ich bosse dich auf die kleine Night Shoes! Die, okay, das hatten wir schon öfter, doch im Endeffekt siehst du aus wie meine Tochter! Mach mal dein Kloch gleich, fick dich ins Mund rein, halt die Fresse, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so dumm sein? Dumm und krümmer, dumm und krümmer! Was ist denn los, jung und jünger? Ich bin der Beste-Rap, bei der du bist ein Kind! Ich komm auf die Prelo und du bist übertrieben getickt! Du bist nach Hause geschickt, ich hol dir noch ne Kurzstrecke mit dem Taxi! Doch vorher kaufst du meine Maxi! Deine Raps ist der Huxi! So, mein Gott, du bist für mich der Allebrüste auf'n Kacki! Hey! 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 Ich will eure Hände sehen für Ranko! Ich will eure Hände sehen für Gia! 1 zu 0! 1 zu 0! 1 zu 0! Ist noch alles drin! Zweiter Part, wenn du checkst! 1 zu 0! 1 zu 0! 1 zu 0! Hör mir zu und sag mich nicht, wer das Battle gewonnen hat! Denn ich schieße mit Punchlines, wie bei Metal of Honor! Der wie 250 Brummer aus dem Südbezug! Wenn sie den Spinner und der Strom besser verglüht und stirbt! Bei ihren Fuß bewirken, dass ich völlig ausdenke! Und auch deine Freundin mit meiner Faust zicke! Ich glaub, du brauchst bitte, um zu verstehen! Der Partner ist jetzt raus! Spielen muss gehen! Ich fach von 5 bis 10! Worauf ich Bock hab! Pies, leg den Fass auf! Bist dein Kaufplatz! Du bist kein Popka, nur dummer Zeuge! Ich verticke deine Schwester für 100 Euro! Ich bin da jetzt ehrlich! Ich hab wirklich keinen Text! Das ist Street-Stay! Doch ich sage zu dir, Alter, ist nix! Kleines Sochentext! Hast du grad gedacht, mach da echt nicht, aber... Wenn ich dich sehe, dann wird mir überblieben! Schlecht! Ich hab dich jetzt nach Hause gestiegen! Muss übertrieben! Übertreiben! Du kannst dich nicht leiden! Ich kann dich nicht leiden! Hier wird sich zum Leiden! Ich bin und bleibe der Chef hier! Mach will den Fett hier! Schreib keinen Track hier! Guck mal, das ist süßer! Jetzt hab ich dich doch bearscht! Sorry, aber bitte! Ich war einfach überflussend stark! Ey! Habt ihr gemerkt, Alter? Ich hab fast nichts gemerkt! Und es ist ein... Aber ey! Aber wo reinstecken gerade? Es war gut! Aber man muss fair sein! Ja, du hast recht, Alter! Die zweite Runde geht automatisch an in den Ball! So funktioniert es hier! Okay, das war recht, Alter! 1-3! Das wird in der letzten Runde erschienen! Freestyle an einer Hand! Ey, was ist denn los? Ich hab gehört, dieser Typ gehört zu den Pädophilen und geht morgen in den Kindergarten mit kleinen Jungs Lego spielen! Die Leute gucken mich auf der Bühne an und sagen, ey, der ist tight und boah! Und nachher findet die ihn festgekettet auf dem Badezimmerraum in einem Heizungsrohr! Diese Lines sind zu mies und die sind auch wirklich widerlich geschrieben! Ich meine, wie konnte er eigentlich die zweite Runde kriegen? Weil ich ein bisschen mit Leid hatte? Mit dem Typen mit Kleid hatte? Es tut mir leid, doch du bist mir gleich Patte! Du bist törentot! Ich schlag dich K.O. Du hast nichts außer ein schönes Tattoo, eine schöne Stimme, aber Null Flow! Und ganz ehrlich, nach diesem Halbfinale habt ihr vor ihm für immer Ruhe! Denn er kann nicht rappen und bei mir hat die Sache ein Haken wie meine Schuhe! Dankeschön, Dankeschön! Bitte schön, ich bitte schön, Dankeschön! Marco! Dein, dein Tön! Mann, Gier, ich sag dir echt, du bist echt ein Pausenclown! Wenn du ein echter Mann wärst, dann würden wir uns draußen hauen! Aber glaub mir, im Traum würdest du niemals an mich rankommen! Halt die Fresse, du passt ab, du siehst aus wie einer aus Hongkong! Guck dich doch mal an, du kleine Schlitzauge! Weißt du was, ich glaube, dass du gerne an Bitch-Rinzen sorgst, eh? Was ist los mit dir, Gier, was ist bloß passiert? Warum bist du Spaß, die sind in den letzten vier Jahren bloß nicht krepiert? Hm, ich hab kein Problem damit, wenn die arztliche Buh sagen! Aber wenn ich Gier sehe, kann ich mich kaum zurückhalten, zuzuschlagen! Ey, warte mal! Lass ihn fertig werden! Warte mal! Ja, ich kann auch Hurensohn sagen, aber ich hab doch kein Problem damit, irgendeinen Hurensohn zu schlagen! Das ist für mich wirklich kein Ding! Halt die Fresse, geh auf die Schnee und lutscht mir mein Ding! Ich möchte die Hände sehen für Rako! Ja, Mann! Ich möchte die Hände sehen für Gier! Gier! Und jetzt zeigt euch, dass ihr euch respektiert für Rako! Das war der Klinge, Alter! Ich werde den Klinge und so noch sprechen! Komm mal vor, Alter! Was sagst du dazu? Würdiges Finale, Gier gegen Neuss, sehr spannend! Ich weiß nicht, wie es ausgeht! Ja, und was sagst du zu der Entwicklung zum Beispiel von Neuss? Neuss ist sie? Neuss ist sie? Ja, genau! Und was sagst du zu Gier? Er kommt da auf einmal heute her! Vor zwei Wochen einmal so ein bisschen gezeigt, was er kann, und jetzt kommt er heute her! Was sagst du dazu? Er hat vor zwei Wochen schon fast gewonnen, Alter! Deshalb wird es ein sehr spannendes Wort sagen! Ich muss sagen, wenn Neuss alles gibt und Gier alles gibt auf jeden Fall, dann wird es ein sehr heißes Battle! Also jeder, der Teaster-Werbung will, der muss erst einmal mindestens zweimal Champion werden! Beim zweiten Mal kriegt er die Möglichkeit, doppelt oder nix zu gehen! Dann setz ich ein Huni drauf, dann ist es 200 Euro oder gar nix! Und der Typ kann Nein sagen! Ne, ich bin nicht vorbereitet! Aber beim dritten Mal Champion muss man den King paddeln! So sind die Regeln! Ich schwör, es wird Ende, du Spass, sei mal leise! Der Thron gehört mir! Hier oben ist nicht genug Platz für uns beide! Alles gut! Achts? Ich woame dich in die neue Tod sind, canon zu gehen! Irresgültig! Das ist ein Einzelpfelwort! Ich habe mir, dass alles andere die Vorbereitungen aufbauen! Wir müssen schauen, was ich Sie gesehen haben. Also, dass das die Vorbereitungen auf colocar, ich habe mich auf die Vorbereitungen aufneden, das ist also noch nie, die auf die Vorbereitungen aufbauen! Vielen Dank.